Der Beginn des Jahres 2021 Staaten zeichnen eines wichtigen Jubiläumstilmins für Kasachstan-Deutsche. Den 25-Jährigen bestehen des Verbandes der Deutschen Jugend Kasachstans. Das ganze Jahr über fanden Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums statt. Und am Vorabend des Berichts- und Wahlkonferenz des Verbandes der Deutschen Jugend Kasachstans fand ein glanzvoller Abschlussveranstaltung statt. Es brachte Menschen zusammen, die bereits bei den Anfängen des Verbandes tätig waren und heute noch aktiv daran beteiligt sind. Lebendige Erinnerungen haben Menschen verschiedene Generationen aus verschiedenen Städten und Ländern vereint, aber durch eine gemeinsame Heimat verbunden, die sie im Verband gefunden haben. Trotz der Tatsache, dass einige Gäste nur online anwesend waren, war die Atmosphäre der Feier zu spüren. So löste das Quiz über Jugendprojekte aus verschiedenen Verbandes Epochen einen ernsthaften Kampf zwischen den Teilnehmern aus. Und es gab etwas zu kämpfen. Die Gewinner erwarteten VDJK-Sweetshots, Trashmob, Gewinnerspiel, Infoblatt, VDJK-Präsentation und natürlich die Torte. Und was wäre ein Geburtstag ohne Torte? Seit 25 Jahren ist unser VDJK gewachsen, hat sich weiterentwickelt und wurde mit neuen Führungskräften, neuen Partnern und neuen Ideen ergänzt. Zum Geburtstag Verband der Deutschen Jugend Kasachstans. Zum Geburtstag Verband der Deutschen Jugendskräfte Untertitelung des ZDF, 2020